Oh, wir haben einen Brief, schon wieder. Kuh? Kuh sucht ein neues Zuhause. Hey Chester, du wirst mir nicht glauben, dass ich auf meinem Spaziergang am Dorfrand gesehen habe. Eine Kuh, die sich verlaufen hat. Wie wäre es, wenn du dich um sie kümmerst? Du bräuchtest nur eine Scheune. Bei Alisa im Handwerkerladen vor... Schau bei Alisa im Handwerkerladen vorbei. Sie wird dir beim Bau helfen. Komm zu mir, wenn die Scheune fertig ist. Äh. Da wird man nämlich vom Farm-Fan zu gespammt. Das ist ja irgendwie schon ein bisschen anstrengend. Ja, die Frau ist extrem anstrengend. Ah Gott. Eicheln dahin. Jetzt müssten wir ja eigentlich... Warte mal, wir haben ja eigentlich das Tagebuch jetzt, ne? Ne, das war das Falsche. Journal. Freundschaften schließen. Erste Schritte. Tiere. Achso. Ach nee, dann müssen wir ja zu Alisa. Oh, was machst du denn? Dann geh ich mal zu Alisa. Oh Gott. Wie soll ich mitkommen? Ja, das sollst du, weil du musst es ja auch machen. Ja, meine Tasche ist aber irgendwie voll. Die wollte ich gerade leer räumen, du. Oh, Eicheln. Oh, eine Eichel. Und ein Schmetterfing schon wieder. Und eine Schnecke. Eine Schnecke. Machst du dich jetzt also auch noch... Ach Mensch. Reiche ich dir etwa nicht? Ja, muss ich mich schon an alle Schnecken ranmachen, die hier rumkriechen. So. Ähm. Alisa war der Oran... Alisa war der Oransche Laden. Der war hier hinten. Wie war denn? Da hat die Map jedes Mal anders generiert, ne? Also mein... Mein... Äh... Mein alter Bauernhof war damals ziemlich nah an Alisas Laden. Und da hat er jedes Mal anders generiert, die Map. Ja, bin ich das noch anders gewohnt, du. Böde, ich kann ich mir vorstellen. Oh, Alisa. Alles Roger bei dir, Chester. Wie läuft's denn heute so? Eine Kuh, sagst du. Sicher können wir dir eine Scheune bauen. Null Probleme. Und zuerst mal brauchst du Bauholz. Bla, bla, bla. Oh, Gott. Jetzt muss mir das Bauholz, was ich vorhin aus dem Inventar gepackt habe, wiederholen. Halt, ich hab welche hier. Ja, dann gib mir mal ein bisschen was. Du kannst den Stapel aufteilen. Ich brauch nicht alles. Es geht nur darum, dass ich's triggern kann. Hm. Du kannst dich triggern, ja? Ja. Wie kann ich das? Mit Rechtsklick kannst du's teilen, den Stapel. Ja, hab ich ja gerade getan. Oh. Hab ich dir jetzt wieder alles hingeschmissen? Oh, jetzt hab ich dir wieder alles hingeschmissen. Oh. Bitteschön. Dankeschön. Okay. Nicht schlecht. Jetzt musst du noch ein Sinnvolles bauen. Hier. Blaupause, Tischsäge, Bauholz, Drog, Handwerkerladen, äh, Scheune, Trüge, kommst du rum, ja, ich weiß, verschiedene Bastelstationen, Blaupause, Beginn, Station, ja, ja, Feinlampe, alles klar, okay, du musst jetzt auch noch triggern. Hier. Ich hab dir gerade eine Eichel geschenkt. Ja. Ich hab dir gerade eine Eichel geschenkt. Oh Gott. Was wolltest du jetzt? Ja, ich muss jetzt die Blaupause angucken. Äh, Grafding. Grafding. Wie war denn das? Ich soll jetzt irgendwie Tröge bauen, ne? Tröge. Tröge. Leerer Trug muss ich zweimal bauen. Kann man anheften. Wie war denn das hier? Anpinnen. Jetzt brauche ich aber Nägel und Bauholz. Nägel nicht. Wo kriegt man die denn her? Äh, Gemischtwarenladen. Ähm, ähm, ähm. Das war der Elf wieder, ne? Ja, genau. Genau, auf der anderen Seite. Der Zwölf ist das gewesen. Was braucht man noch? Äh, Nägel und Heuballen haben wir, glaube ich, gekriegt von ihr. Nägel brauchen wir. Genau. Wo brauchen wir zum Nahen? Ah, ne, warte. Nägel waren doch bei ihr. Was, warum hat er dann gesagt, wir müssen, brauchen wir was im Gemischtwarenladen? Baumaterial kriegen wir doch alles bei ihr. Eigentlich ja. Äh, nä, 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 nä. Brauchen wir ein Scheunenschild? Hast du dir die Quest ordentlich durchgelesen? Äh, je, ich würde auch nicht durchgelesen. Ich hab's ja auch nicht durchgelesen. Scheibenkleister. Die Zuschauer haben sich ein Scheunenschild. Hier ist ein leerer Trug. Ja. Hast du hier irgendwas mit einem leeren Trug vorgelegen vorhin? Ja, aber die muss man selber craften. Ach so. Also, ist, glaube ich, billiger, wenn man das selber craftet. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, die alte Schule. Ah, einen ganz großen Bogen. Nägel. Äh, Nägel, 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 Nägel. Nägel. Da stehen ja bloß vier Nägel. Ich brauche ja mehr, Mensch. Ich bin nicht wieder vor der... Ich bin ganz viele Blaupausen, du. Ich muss die ganze Scheiße auch nochmal machen dann, ne? Ja. Oh Mann. Und dann brauche ich noch Heuballen. Die hat's immer aber gegeben. Ja, notfalls werden hier auch noch Heuballen. Ey, wo hast du denn die Nägel jetzt her? Da ist ein Kabel. Wo sind die Nägel? Da haben wir doch gott zwei. Lack, Dorfsack, Kleber. Was, Dorfsack? Nein, was? Nein, nee, was? Der Dorfsack, das bin ich. Hab ich was von Dorfsack gesagt? Ich hab Stoffsack gesagt. Ich hab Dorfsack verstanden. Da sind Nägel. Oh, kaufen. Das ist ja erst klassische Arbeit. Du musst jetzt einen geeigneten Platz für deine Scheune auswählen. Nimm dieses Scheunenschild und steck irgendwas auf deiner Farm inne. Laut Bauvorschrift muss es mindestens ein Schild für jedes Gebäude geben. Dieses Schild ist eine Markierung für die Scheune. Komm doch vorbei, wenn das in der Erde steckt. Ja, genau, die Markierungen, das weiß ich. Ja, 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 ich weiß. Blaupause? Hattest du vorhin eine Blaupause gekauft, oder wie? Nee. Ja. Nee, die Blaupause hast du ins Inventar bekommen und die musst du mit Rechtsklick dann lernen. Ich hab keine neuen Inventar. Ich hab damit ja noch schon gequasselt. Ja, dann musst du auch von ihr eine bekommen haben. Du hast... Äh, gut, ich hab auch kein Holz davon abgesehen, aber... Oh, du musst ja das Holz haben. Ich hab nur noch eins. No. Ja, das bringt mir ja nicht viel, du. Wo ist das Holz? Hallo, halt. Das glaub ich schon noch gesammelt. Dann werd ich wohl nochmal Holzjacken gehen. Ja, geh doch mal zu ihr. Ich glaub, vielleicht reicht ja eins. Jo. Ich hab... Alisa? Ich hab nicht gewusst, dass du mir... Ich hab nicht gewusst, dass du mir alles gegeben hast. So, ich schmeiß dir gleich mal das Bauholz hin, weil das musst du sowieso aus uns machen. Ja, die hat mir gerade ziemlich vollgekackt mit dem ganzen Zeug hier. Ja, also... Nur, weil ich kein Holz vor der Hütte hatte, du. Ja. Und dann warst du mal wieder am Holz gelegen, ne? Ja, das geht ganz schön aus. Ich geh schon mal nach Hause und reiß mal die alte Scheune weg und dann platzieren wir unsere zwei genau so, dass wir nebeneinander das bauen können. Dann kann jeder die Quest backerisch abschließen. Ja, will ich auch sagen. Ja. Ja. So. Also, dass es die Scheune ist, äh, den Trogen meine ich, gibt so eine kleine Pinnnadel. Die ist ziemlich klein, die sieht man fast nicht. Da kannst du es anpinnen. Okay. Und dann siehst du, was machen musst. Und dann musst du praktisch an den Montierentisch, da schmeißt du dann sechsmal die Nägel rein. Ne, sechsmal Bauholz, dreimal Nägel und ein Heuballen. Brauchst aber insgesamt, soviel ich weiß, zwei Tröge. Mhm. Mhm. Wie jäge, wie schau ich denn? Einer jäge. Ähm, mit Linksklick oder Rechtsklick reinmachen und dann, glaub ich, kannst du starten. So. Irgendwie geht das nicht. Jetzt war ich echt ein Sensei, Mann. Dieses blöde Gras, du. Ja, da, da, da kann ich ja bei Laute sagen. Ähm. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Immer dieses Terraforming, Mensch. Terra, Terra. Dieses, ja. Ja. Wo ist das? Pilze. Matching Mushrooms. Aha. Ach so, ich habe ja noch Erde im Inventar, mein Gott. Da hätte ich ja gar nicht reingehen müssen. Ja, das will ich auch sagen. Warum bin ich so blöd, den Scheiß hier zu sägen? Ich tue nämlich gerade Löcher stopfen. Ey. Was soll das? Ja, du bist ja nicht da, also muss ich woanders Löcher stopfen. So nötig hast du es wieder, ja? Vielleicht. Da bin ich aber schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen traurig. Da bin ich aber schon ein bisschen, ein bisschen traurig. So. Mein Loch bleibt hauung gestopft. Es wird nicht besser. So. Bin gleich fertig mit Löcher stopfen. Geht heute wieder ganz schnell. Jetzt hörtest du das mehr geschoben, du. Hast mich so lange nicht ran gelassen. Oh, da liegt noch Bauholz. Du, das ist halt leider so. Ich weiß doch, wenn ich meine Periode habe, dann mag ich halt nicht. Oh, ja, ja. Das hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Außerdem habe ich Migräne. Ach so. Und sich dann wieder beschweren. Ja, genau. Was, ist gerade eigentlich mit der Haku oder mit der Jansel oder was? Was meinst du? Ich bin gerade immer wirklich ja nicht hier. Ja, ist krass. Ach so. Mit der Sensi natürlich. Mit der Sensin? Natürlich mit der Sensin. Ah, okay. Das wäre dann so groß. Das bildet man natürlich nicht hin. Müssten wir uns ein Land vergrößern. Ja, ich sehe nicht, was du da machst. Ich sehe bloß, dass du so cool rumläufst. Oh. Ja, ist ein Schild. Ja, da baust du jetzt irgendwie dein Schild mit dazu? Nee, ich habe noch keins. Ach so, ja. Dann musst du die Quest weitermachen. Du musst mit dem Bauholz oder mit den Trögen musst du zu ihr gehen. Ja, ich habe ja die Tröge nicht mal. Ich habe ja so ein Ding noch nicht mal geschafft zu bauen, weil ich irgendwie zu blöd bin mit dem Saftschültagieren irgendwie. Und ich habe aber zu wenig Material. Das kann natürlich auch sein. Das sind vier Felder auf dem Tisch. Ich gehe mal wieder zurück. Ja, ich komme mal mit. Ja, ich glaube, ich brauche ein bisschen Hilfe, du. Ich bin wohl ein bisschen dumm gerade. Jo. Ich habe halt auch keine Bretter und keine Nisch. Ich habe dir die Bretter vorhin zugeschmissen. Ach, ich glaube, ich habe Bretter hier. Das sind links, das sind, hier sind vier Felder auf dem Montieren. Ja, genau. Genau, und dann tust du da jeweils in drei Felder die Sachen rein. Heuballen, das geschnittene Ding und die Nägel. Wo sind die Nägel? Da sind die Nägel. Und dann nur Heuballen. Und jetzt kannst du rechts den Drog rausnehmen. Raften. Na also, und da brauchst du zwei Stück. Das heißt, ich brauche eigentlich noch einen weiteren Heuballen. Jo. Bei Josef Ballus, dann komm mal her. Der kostet einfach mal 100. Hals auf Schneiderei. Ja, du, das ist ja wie ein, wie ein, äh, äh, das ist ja, äh, der Joja mag das nicht. Ja, nicht ganz. Nee, ich will keine Kirche montieren, ich will, Hä? Muss ich einfach nochmal neue Nägel kaufen, oder was? Schaut so aus, drei Stück brauchst du, glaub ich. Ja. So schaut's Klaus und nicht Andreas, Mensch. Wär ich denn nicht ein Klaus? Ja, dat weiß ich nicht. Los, los, los. Klaus, der guckt öfters aus der Berthe raus. Ja, vielleicht doch Klaus hier und nicht Klaus. Na jaa. Ich hoffe, dass hier nicht klaustrophobisch wird. Äh. So, dann mach. Ich mach's mal verwirrt, ich kann doch bloß die Kirche, äh, hat er irgendwann eine Kirche hingestellt, oder wird? Du brauchst Heuballen, du brauchst, äh, vielleicht hast du nicht irgendetwas Holz? Das sind 22 Holzbrette da drinne. Okay. Warte mal. Aufheben. 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 Hier stand ne Kiste da einfach drauf. Och Gott. Kein Wunder, dass ich nicht gefunden habe, dass ich das nicht machen konnte. Da stand ne Kiste auf dem Ding. Elon Horst hat da ne Kiste hingestellt. Ich weiß nicht. Da steht die Schuhe in der Kiste. Kann man auch sagen, dass ich die gerade hingestellt habe. Ich Idiot. Vielleicht. Hammer. Jo, platzieren. Mitnehmen. Kack mir wieder das ganze Ingetar voll, du. Das ist gut. Hey, wo hab ich mein, mein, mein Dingchen getan? Mein. Ach, da ist der Nagel. Schaffst du das noch heut? Ne, ich glaub nicht, du. Das Gefühl hab ich auch, Mensch. Oh, mein, was soll denn das hier? Weißt du, wenn das so weitergeht, bin ich richtig arm, du. Das sag ich dir. Jetzt geht das. Raften. Aufhüben. Den kann man auch noch wieder. So, dann hab ich jetzt zwei Tröge. Und ich hab schon Platz, ich hab schon Platz gemacht. Äh, ja, jetzt geh ich wieder zu Alisa, bitte. Alisa. So, äh, wo hat man das irgendwie nicht mehr da? Sie, sie, sie schlafen gegangen. Alisa, ach, da ist sie. Hier geblieben. So, blau Dom. Ja, ist was du gearbeitet? Ja, ich weiß. Ist mir kein Plastik. Ja, bla, bla, bla. Kein Schild, bla. Und das ist nicht ein Schild für dieses bla. Dieses Schild ist bla. Bla, 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 bla. Jo, dann kacken wir mal im Mondlicht. Äh, Emilia. Iiii, Farmfern, weg, weg, äh, äh. Äh, wo bist du dann? Du bist wahrscheinlich zu Hause. Wo ist denn unser Zuhause gewesen? Da hinten. Wo soll die sind sonst sein? Das weiß ich nicht. Warum regnet das eigentlich die ganze Zeit? Du, ich werd ganz nass. Du, keine Ahnung. Ich, äh, klump bloß grad mein Inventar aus. Es ist gut, äh, das ist gut. Das Problem ist, man klumpft sich das in dem Spiel sehr schnell zu. Aber das ist ja nicht, nichts Neues, ne? Ähm. Ähm, positionier's so daneben. Ehm, ich mach, dass man's anzieht. Jetzt müsst's anzeigen, bis wohin meins geht. Und dann musst du... Nee, ich seh da nichts tatsächlich. Ah, gib mir mal deins. Ähm. Ähm. Nein, ich bin nicht deine Trüge. Entschuldigung. Du wolltest das Schild haben. Ja, genau. Ich wollte das Schild haben. Äh. Ja, ich seh wirklich gar nichts. Also... Das sieht man nicht. Oh, jetzt hab ich's falsch positioniert. Ach, jetzt seh ich da ein Gerücht. Ein, ein... Aber erst wenn's steht. Wenn du das Schild hingestellt hast. Oh. Und das sind wir jetzt bei Stelle oder was? Oder wie oder wo? Ja, wir können sie dann einfach zusammenbauen. Mhm. Und... Kannst jetzt bei... Jetzt mach ich mal bei deinem hier rechtsklick. Interagieren. Und dann sagst du, zeige Regionsanzeige. Ja. Okay. Ah. Und dann musst du nur schalte Regionsschutz ausmachen, glaube ich, weil du musst ja reinbauen und wieder abbauen, je nachdem. Zwei Droge, beliebige Blöcke, Grundvoraussetzung, ein Fahrscheune. Also, wir müssen dann morgen, 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 nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Ich hab doch zwei Trüge hier. Schlafen. Jetzt. Ja, ich... Ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Es ist wieder so kalt ohne mich, ja. Wieso? Ich leg doch eh mal drin. Ich komm ja schon.